Er wird ja in der Bundesliga nicht mehr auftauchen. Im ersten Satz war es ein enges Match mit leichten Vorteilen für Tasaki. Der 25-jährige Japaner gewann mit 21 zu 19. Und auch jetzt liegt er in Führung. Ja, das sind schon knallharte Vorhandschüsse, die Toshio Tasaki da. Torben Wozik vorsetzt. Unlösbare Aufgabe für den Mann aus Baden-Württemberg. Matchbälle für Toshio Tasaki. Ein eindrucksvolles Ende. Tasaki gewinnt glatt gegen Torben Wozik, der am Ende doch relativ müde wirkte. Muss man ganz klar feststellen. Die Fans ein bisschen enttäuscht in Bad Tonev. Eine prima Aufholjagd hatte ihre Mannschaft gestartet. Aber am Ende stand sie dann doch mit leeren Händen. Tropft stellen. Ja! Gott! Applaus 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 Rutsch! 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 Ja! 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 Ja!